Ja, liebe YouTube-Freunde, wo ist da der Bauer Hause? Heute Samstagmorgen, Rietwil, bei Motto Lehmann. Der Bauer Hause ist glücklicher Gewinner geworden. Er hat eine Uhr gewonnen. Eine Yamaha Uhr, das passt doch zum Yamaha-Fahrer Hause. Ja, ich habe da bei der Frühlingsausstellung an einem Wettbewerb teilgenommen und habe den ersten Preis gewonnen.